Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Kalt Show mit mir, Christoph Kröger. Lange ist es her, ich war ein paar Wochen im Urlaub, letzte Woche bei der Baller League. Diese Woche bin ich mal wieder am Start und ich sag mal so, ich hab viel zu viel vorbereitet. Mal wieder, viel zu viel für euch vorbereitet, gute Fragen habt ihr gestellt auf dem YouTube Community Tab und als Supporter auf unserem für Supporter exklusiven Discord Channel. Ich habe ein sehr langes Dokument vor mir, das liegt aber vor allem daran, dass ich diesmal Bilder mitgebracht habe und ich werde auch teilweise frei sprechen. Ja, wo fangen wir an? Wir müssen ein, zwei Dinge vorher besprechen, denn zum einen gab es natürlich sehr, sehr viele Fragen zum Thema Christian Streich. Christian Streich hört bei Freiburg auf, wir werden das auf diesem Kanal noch aufgreifen. Ich habe es jetzt extra fürs Frag Kalt Show rausgelassen, weil wir noch eine Reaction aufnehmen werden. Die wird morgen höchstwahrscheinlich kommen, am Mittwoch, ist gerade ein bisschen schwierig. Nico in Köln, Niklas noch wieder ein bisschen krank, deswegen, ich muss Frag Kalt Show jetzt hier heute aufnehmen. Da wird aber noch was kommen, deswegen keine Christian Streich. Doch, ich habe eine Christian Streich-Frage mit dabei, ein bisschen off-topic, ganz am Ende. Und eine Sache noch, Baller League besprechen wir auch wieder ziemlich am Ende dieser Folge, gibt es eine Frage dazu. Gestern war ja der neunte Spieltag der Baller League, aber es gab einen kleinen Fauxpas. Ich habe gefühlt den ganzen Stream getrollt von zu Hause aus, unbeabsichtigt muss ich dazu sagen. Ganz am Ende war ja die Situation so, dass man dachte, dass wenn kein 13-Punkte-Team diesen Extrapunkt holt, dass wir schon safe in den Top 4 sind. Das wurde auch on air von Robby Hunke so verkündet, weil Nico Heimer es ihm gesagt hat. Nur leider hatte Nico Heimer die Info von mir, der halt so mit der 3-Punkte-Regel aufgewachsen ist, dass das komplett abgespeichert ist. Das ist ins Hirn gebrannt, dass wenn ein Team wie wir 20 Punkte hat, noch zwei Spieltage zu gehen sind, dass dann 13-Punkte-Teams nicht mehr aufholen können. Problem ist, die Baller League, das ist kein 3-Punkte-System, das ist quasi ein 4-Punkte-System, weil du kriegst zwar 3 für einen Sieg, aber du hast an jedem Spieltag noch die Chance, einen Zusatzpunkt zu gewinnen. Und deswegen dachten sehr, sehr viele Leute, inklusive mir, dass wir durch sind und schon in den Final 4 stehen, tun wir aber noch nicht ganz. Mehr dazu aber später. Wir starten rein mit einer Prediction. Ja, natürlich, wenn ich hier wieder Frag-Kalt schon mache, dann starten wir mit sowas rein. Und zwar, wie sollte es anders sein? Eine Frage zur Champions League von P6683. Moin Krögi, wie lautet deine Prognose für das Champions League-Viertelfinale? Grüße aus Oldenburg. Grüße nach Oldenburg. Ich mache es relativ kurz. Also geile Partien, muss man schon mal dazu sagen. Wir haben im Stream am Wochenende, Niko und ich, schon kurz über die Partien auch gesprochen. Mega geile Partien. Also jeder hat irgendwie was. Arsenal gegen Bayern, das ist so der Albtraum für Arsenal. So oft geklatscht worden in der Champions League von den Bayern. Arsenal ist aber, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, zumindest alle, die auch Arsenal mehr oder weniger verfolgen, Arsenal ist dieses Jahr die spielstärkere Mannschaft, die insgesamt, glaube ich, gefestigtere, bessere Mannschaft. Ich glaube, wir dürfen uns nicht von, also die Bayern sind im Aufwärtstrend, gar keine Frage, aber ich glaube, wir dürfen uns nicht von Ergebnissen wie gegen Mainz und Darmstadt blenden lassen. Ja, deswegen, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer für die Bayern. Normalerweise sollten sie gegen Arsenal in der Champions League K.O.-Phase gewinnen, aber ich glaube, Arsenal setzt sich tatsächlich dieses Jahr durch. Ich glaube, die Bayern sind da noch ein bisschen auf zu wackeligen Füßen unterwegs. PSG gegen Barca. PSG gegen Barca. Vor ein paar Wochen hätte ich easy auf Paris getippt, weil da war Barca wirklich nicht gut. Dann hat Xavi seinen Abschied verkündet im Sommer und plötzlich läuft es wieder deutlich besser. Gerade jetzt auch gegen Atletico, deutlicher Sieg. Aber PSG, die sind so stark, die sind so stark dieses Jahr. Die sehen, das, was ich gesehen habe, sehen sie endlich mal aus wie eine richtige Mannschaft mit einem Superstar vorne drin. Guillermo Mbappé wird zwar, also da kriselt es wohl hinter den Kulissen ganz schön, aber hat jetzt auch am Wochenende wieder, ich glaube, drei Tore gemacht oder was. Also, ich glaube, PSG ist dieses Jahr zu stark für ein sehr junges Barcelona. Real Madrid gegen City, gefühlt haben wir das jedes Jahr in der Champions League. Spätestens im Finale. Beide, oh, das finde ich das am schwierigsten zu tippende Spiel. Also, es sind alle schwierig, weil irgendwie alle auf Augenhöhe sind. Aber Real gegen City, Real ist eigentlich so stark dieses Jahr. Normalerweise im Vakuum würde ich City für Stärke halten. Aber ich finde, die haben dieses Jahr die Straucheln, Straucheln kann man es nicht nennen, aber für City-Verhältnisse sind sie doch hin und wieder ein bisschen am Stolpern. Ich habe dieses Liverpool-Spiel so vor Augen, wo, also ich habe City selten so schlecht in den letzten ein, zwei, drei Jahren gesehen wie in diesem Spiel. Und gut, sie haben es nicht verloren, aber sie hätten es verlieren müssen. Ich glaube, Real setzt sich durch. Wenn die einigermaßen fit sind, mit einem fitten Bellingham, Vinicius Junior in überragender Form. Ich glaube, Real setzt sich hier durch. Und dann Dortmund gegen Atletico. So ein bisschen wie das Meme mit den drei Drachen. Und alle befinden sich auf den ersten zwei Drachen, außer diese beiden. Die sind der dritte Drache, der ein bisschen komisch aussieht, der ein bisschen anders aussieht. Atletico gegen Dortmund. Beide dieses Jahr jetzt nicht in überragender Form. Aber in der Champions League im Viertelfinale. Entschuldigung. Und eins dieser beiden Teams wird im Halbfinale stehen. Wir müssen uns, glaube ich, mit dem Gedanken anfreunden, dass es sein kann, dass diese Dortmund-Mannschaft, die wirklich sich ein bisschen durch die Saison quält, mit Edin Terzic, den wir ja hier auf dem Kanal auch, wie ich finde, zu Recht häufig mal kritisieren, dass diese Mannschaft in einem Champions-League-Halbfinale stehen könnte. Weil sie haben das Beste losbekommen. Und trotzdem, glaube ich, Atletico setzt sich durch. Aber der Schmuddel-BVB kann das auch gewinnen. Atletico jetzt auch nicht angsteinflößend. Aber ich glaube, die bessere Mannschaft aktuell. Das war schon die erste Frage. Das ging schnell. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und machen dann weiter. Wusstest du, dass man Energydrink machen kann, ohne sich bei einem Bundesligisten einzukaufen, ohne mehrere Farmteams aufzubauen und den kompletten Wettbewerb zu verzerren? Falls nicht, dann hast du wahrscheinlich noch nicht von Holy gehört. Holy ist die erste echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Ganz nach dem Motto, geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Ohne Bullshit wie Zucker, künstliche Aromen oder ausverkaufte Stadien mit leeren Plätzen in jeder Ecke. Holy gibt es allerdings nicht nur als Energydrink, der für seinen Energieboost ganz ohne Taurin auskommt, sondern wer einfach nur eine fruchtige Erfrischung haben möchte, der bekommt Holy Ice-Tee. Und der scheint hier bei uns im Büro sehr beliebt zu sein, weil der hat noch nicht mal bis zur Aufnahme überlebt. Ich persönlich bin aber großer Fan vom Hydration-Paket, denn den Shaker, den es dazu gibt, der passt nicht nur optisch perfekt ins Gym, sondern die hochwertigen Elektrolyte und Mineralstoffe versorgen mich beim Training mit allem, was ich brauche. Also, Energy Ice-Tee Hydration. Das magischste Dreieck seit Bobic, Balakov und Elba. Und wenn du mal probieren möchtest, dann haben wir was für dich. Dann das Holy Starter Set, mit dem du dich einmal durchs komplette Sortiment testen kannst. 5 Euro Rabatt gibt's obendrauf, wenn du über den Link in der Videobeschreibung gehst und dann den Code CALCHIO5, also CALCHIO und die Zahl 5, verwendest. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video. Zu Frage Nummer 2. Machen wir in einem ähnlichen Tempo weiter. Das ist zumindest die Devise. Let's Play Strategy Games fragt, Moin Krögi, Nagelsmanns Zukunft ist ja noch offen, soll aber bald geklärt sein. Nach eigenem Wunsch wohl noch vor der EM. Bitte, gib mal die Wahrscheinlichkeit der Optionen in Prozent an. Wird BVB Trainer, wird erneut Bayern Trainer, geht zu Liverpool, bleibt doch Bundestrainer, übernimmt erstmal keine Mannschaft. Danke und liebe Grüße aus der Zuckerstadt. Tizian, Grüße zurück. Bleibt beim BVB, äh, bleibt beim BVB. Nagelsmann geht zum BVB. Ich muss ja am Ende auf 100 Prozent kommen, richtig? Ich glaube schon. Nagelsmann geht zum BVB nach der EM. Das hängt sehr von der gerade besprochenen Champions League Performance ab. Ich sag mal so, wenn die ins Champions League Halbfinale kommen, dann können selbst die größten Terzic-Kritiker nichts sagen eigentlich. Also dann wird der im Amt bleiben. Egal, wie das in der Bundesliga ausgeht. Also Champions League Halbfinale, da kriegst du den nicht vom Stuhl gesehen, glaube ich. Jetzt mal angenommen, es kommt so, wie ich das prognostiziert habe und sie scheiden aus im Viertelfinale, dann halte ich die Chancen für relativ groß. Es ist fast die größte, also das ist in meinen Augen am wahrscheinlichsten eigentlich, dass Nagelsmann BVB-Trainer wird. Jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin mir ganz sicher, dass es wird, weil das kann man sich nicht sagen. Aber ich gebe mal saftige 40 Prozent, weil wenn die im Viertelfinale ausscheiden und dann am Ende sich vielleicht sogar nicht für die Champions League qualifizieren sollten oder nur mit Ach und Krach, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es da im Sommer vor allem auf der Trainerposition einen Umbruch gibt. Und dann ist es einfach die beste Story, dass Nagelsmann fliegt bei den Bayern raus, kommt dann zurück in die Bundesliga als BVB-Trainer, um die Bayern zu ärgern. Das würde ich schon gerne sehen, vor allem wenn das dann klappt. Geh zurück zu den Bayern, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Fünf Prozent, ein paar Restprozente kriegt das Szenario von mir, weil den Fehler gestehen sich die Bayern nicht so schnell ein. Also das wäre ja, das wäre zu entwaffnend für die Bayern. Und wenn das stimmt, was man so gehört hat, dann am Ende der Amtszeit bei den Bayern, dass das mit der Kabine einfach nicht sehr gut funktioniert hat, dass da einige auch gegen Nagelsmann waren. Ja, ich weiß, die haben sich dann hingestellt und gesagt, nee, das stimmt nicht, aber ich glaube nicht, dass solche Gerüchte aus dem Nichts kommen. Ich glaube, das wird man sich mit fast der gleichen Mannschaft nicht nochmal dann wieder antun. Deswegen fünf Prozent halte ich für sehr unwahrscheinlich. Liverpool, gar nicht so unwahrscheinlich, aber ich glaube einfach, dass es für Liverpool oder aus Liverpool-Perspektive interessantere Trainer gibt. Allen voran Xabi Alonso. Ich bin mir nach wie vor sicher, was heißt sicher, aber ich bin davon überzeugt, dass Xabi Alonso, wenn er die Möglichkeit hat, zu Liverpool gehen, das doch den Bayern vorziehen würde. Dementsprechend glaube ich, dass Alonso Liverpool-Trainer wird. Und dahinter gibt es halt auch noch ein paar Kandidaten, die ich für wahrscheinlicher halte, wie ein Dezebi beispielsweise von Brighton. Thomas Frank finde ich nicht komplett unrealistisch von Brentford, dass der den nächsten Schritt dann oder als Liverpool so einen Trainer holen möchte, der glaube ich sehr zur Philosophie passt. Oder Ruben Amorim wird glaube ich auch im Sommer dann nochmal für einige andere Top-Klubs interessant. Ob Liverpool vielleicht eine Nummer zu groß ist, mal schauen. Aber von Sporting gilt halt als eines der größten Trainertalente jetzt seit Jahren. Zehn Prozent nagelt es man zu Liverpool. DFB, dass er beim DFB dann bleibt, das passiert nur, wenn er vor der EM nichts Passendes findet, nichts findet, wo er sagt, jo, das ist es, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann die EM sehr gut läuft. Dann könnte ich es mir vorstellen, dass das alles so eintrifft, macht es wieder aber etwas unrealistischer, deswegen 20 Prozent. Da haben wir jetzt noch eine Sache offen von dir, übernimmt erstmal keine Mannschaft, fünf Prozent. Das glaube ich nicht, weil, also das würde ja bedeuten, er bleibt nicht beim DFB und übernimmt keinen Klub, obwohl er sich jetzt schon hinstellt und sagt, er würde gerne vor der EM bei einem Klub unterschreiben. Für nach der EM. Deswegen glaube ich nicht, dass das passiert, fünf Prozent. Jetzt habe ich noch einige offene Prozent, weil 30 Prozent gibt es für mich, für einen anderen Verein. Das hast du jetzt nicht vorgeschlagen, aber ich glaube, darüber muss man auch nachdenken, dass es weder Dortmund noch die Bayern noch Liverpool wird und auch nicht der DFB, sondern ein anderer Klub. Welcher das ist, weiß ich nicht, aber es gibt noch ein paar und da wird dann auch ein gewisses Stühlerücken im Sommer entstehen, wenn, Barca haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, kann ja auch sein, bei Barca wird ein Platz frei und dann wird das eine, dann wird das ein Trainerkarussell geben, was sehr, sehr spannend werden wird und ich glaube nicht, dass Nagelsmann dann derjenige ist, der da ohne Job am Ende dasteht. Nächste Frage kommt von Lomfau400, Gutes, auch interessant, vielleicht wollte er Gutes schreiben, Gutes, Man redet ja immer wieder davon, dass das Niveau im Fußball über die Jahre enorm zugenommen hat und ein durchschnittlicher Bundesligaspieler von heute mit seiner Athletik damals alles zerschossen hätte. Nun zur Frage, denkt ihr, das Gleiche gilt auch für Trainer? Würde ein Bruno Labbadia 50 Jahre in der Zeit zurückreisen, könnte er mit all dem heutigen Wissen der Guardiola der 60er Jahre werden. Beste Grüße aus der Stadt mit einem Freudenmädchen als Wahrzeichen. Wow, wenn das das Aushängeschild dieser Stadt ist, weiß ich auch nicht. Zur Frage, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das mit den Spielern stimmt, alleine die Athletik, die Physis, die Ausdauer, die Trainingsmethoden, die dahinter stecken. Aber ich glaube, dass es für Trainer auch gilt, das, was du gerade beschrieben hast, nur nicht ganz so extrem. Weil, was Fakten, also es gibt halt die Faktenlage und die ist, dass der Fußball sich in den letzten, also wenn du, du schreibst von 50 Jahren zurück, 50 Jahre, was sind wir da in den 70ern? Wenn wir 50 Jahre zurückgehen, seitdem hat sich der Fußball taktisch so extrem weiterentwickelt, ist so viel detaillierter geworden. Früher wurde viel, also da wurde geguckt, was machen wir, wenn wir den Ball haben, was machen wir, wenn wir den Ball nicht haben. Also da wurde klar auch getrennt zwischen Offensive und Defensive. Mittlerweile gibt es die vier Phasen, Ballbesitz und die, Ballbesitz gegen den Ball und die Zeiten dazwischen, die Umschaltsituationen, was nach Ballverlust, was nach Balleroberung passiert. Und da wird so viel, da wird so im Detail gearbeitet, da wird so kleinteilig dann auch analysiert und geschult und trainiert. Sowas gab es früher in der Form nicht. Das soll immer nicht heißen, wenn ich das so sage, dass irgendwie, dass früher war alles Quatsch und die haben nur Quatsch gemacht. Nein, das war halt nur einfach noch eine andere Art und Weise und da war auch noch nicht so viel Geld im Umlauf. Das war alles noch nicht so professionalisiert. Da haben die Spieler nach dem Spiel noch Kippen geraucht und solche Sachen. Das alles hat sich weiterentwickelt, so auch eben aus taktischer Perspektive. Die Trainingsmethoden sind ja natürlich auch viel krasser geworden. Die Trainingsanlagen, die Regenerationsanlagen, also das, also die Regeneration hat jetzt nichts mit dem Trainer per se zu tun, aber die Trainingsmethoden, auch was man da dazu gelernt hat über die Jahre, auch dieses Wissen würde einem Bruno Labbadia, der 50 Jahre zurückreist, enorm helfen können, da die Spieler auch besser weiterzuentwickeln, jeden Spieler besser zu machen. Videoanalysen, auch ein Teil des Trainertums, gab es früher natürlich auch nicht in der Firma. Heutzutage können wir uns von jeder Mannschaft auf dem Planeten Spiele angucken und analysieren und überall was rausziehen und es vermischt auch viel mehr. Also diese Klischees, die es früher gab mit in England ist der Fußball so, in Italien ist der Fußball so, in Spanien ist der Fußball so. Das war früher so, weil halt viel weniger abgeguckt werden konnte, weil man immer nur darauf zurückgreifen konnte, was man irgendwie im Fernsehen mitschneiden konnte oder was man selber mit Scouts oder so weiter gesehen hat, mit Analysten gesehen hat. Aber heutzutage, ich meine, selbst wir können auf sämtliche Mannschaften oder auf sehr, sehr viele Mannschaften zugreifen und da eine Taktikanalyse machen. Und generell auch, was so Statistiken, Analytics angeht, ja, das sehen einige von euch vielleicht kritisch, aber lasst euch gesagt sein, jeder Profiklub heutzutage arbeitet damit mal mehr, mal weniger und das fließt auch mit ins Training ein. All das zusammen, glaube ich, würde einem Bruno Labbadia einen enormen Wissensvorsprung geben. Allerdings, Fußballer, glaube ich, von früher könnten heute nicht bestehen, Trainer von früher schon, auch ohne dieses ganze Wissen, weil ich glaube, gerade wenn man über Trainer spricht, es ist halt nicht alles Taktik, es ist nicht alles Training, es ist nicht alles Analyse, sondern da passiert auch sehr, sehr viel zwischenmenschlich. Es geht um Führungsqualitäten, um Menschenführung, um Motivationsfähigkeit. All das konnten die Trainer früher auch, vielleicht sogar einige, viele besser als viele Trainer heute. Dementsprechend, ich glaube, ein Trainer von früher könnte eher in der heutigen Zeit bestehen, auch ohne dieses ganze zusätzliche Wissen. Deswegen glaube ich, Bruno Labbadia 50 Jahre zurück wäre ein sehr, sehr guter Coach mit all dem Wissen, was er aus der heutigen Zeit hat. Aber um ein Guardiola dieser Zeit zu werden, muss man natürlich auch revolutionär sein und sich Dinge trauen und vor allem gewisse Dinge vorgeben. Und ich weiß nicht, ob Bruno Labbadia da das beste Beispiel ist, aber ich hoffe, ich konnte deine Frage zufriedenstellend beantworten. Nächste Frage kommt von Nico M. 1904. Hi Krögi, was ist deine aktuell Best of the Best Eleven? Wähle also die deiner Meinung nach stärkste Elf der Welt zusammen. Du darfst dabei ein System deiner Wahl verwenden. Liebe Grüße aus der Stadt mit der größten Spargel-Ernte Deutschlands. Das muss ja im Norden sein. Ich mache mir jedes Mal einen Kaffee vor der Aufnahme und dann sabbele ich einfach durch, rede komplett durch und trinke nicht. Deswegen kurz mal einen Schluck Kaffee. Gut. Ein guter Filterkaffee. So, zu deiner Frage. Superspannende Frage. Klingt erstmal langweilig. Wer sind die besten Elf-Spieler auf dem Planeten? Aber ich finde es insofern ganz spannend, weil auf vielen Positionen ist es überhaupt nicht einfach zu sagen, wer ist da gerade der Beste überhaupt? Da kann man über viele Namen diskutieren. Und zum anderen möchte ich ja aber auch eine Mannschaft ausstellen, die realistisch einigermaßen zusammenspielen könnte. Weil natürlich, ich könnte ganz viele Offensivkräfte aufstellen, ganz viele Stürmer und Flügelspieler und so weiter. Wird aber nicht funktionieren. Deswegen habe ich versucht, eine Balance zu finden. Bin am Ende, glaube ich, ganz zufrieden. Aber es ist ganz spannend gewesen, weil es ist ja ein bisschen so der Pro Bowl des Fußballs aktuell und wirklich Status Quo. Es geht aber im Tor schon los. Wer ist aktuell der beste Torhüter der Welt? Ich finde nicht, dass es da einen gibt, der ganz klar heraussticht. Ich bin am Ende, also, ich bin am Ende über, ich hatte dann so eine kleine Shortlist im Kopf, drei, vier, fünf Namen und bin dann nochmal, habe mir dann nochmal die Zahlen aus den Top-5-Ligen vor allem angeguckt und da sticht einer klar heraus, der auch auf meiner Shortlist war und das ist Gianluigi Donnarumma. Der spielt eine richtig starke Saison mit PSG. Natürlich ist es auch einfach wenig Gegentore in der Liga A zu kassieren, aber da gibt es natürlich unter anderem die schöne Statistik Post-Shot-Expected-Goals minus Gegentore. Die beste Torwart-Statistik, die einzige, die so einigermaßen gut ist in meinen Augen und da ist Donnarumma in ganz Europa mit Abstand auf Platz 1. Deswegen Donnarumma für mich da gesetzt im Tor. Dann, wir spielen in einem 4-3-3. Vierer-Kette ist auf den Außen, die Außenposition finde ich am schwierigsten. Wir haben vor ein paar Monaten glaube ich mittlerweile schon darüber gesprochen, wer ist aktuell der beste Rechtsverteidiger. Finde es super, super schwierig. Ich bleibe bei Hakimi, aber da könntet ihr mich auch von diversen anderen Namen überzeugen. Hakimi natürlich eine sehr, sehr offensive Wahl für eine Vierer-Kette. Das gleiche gilt auch für die linke Seite und da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. So viele Namen sind hier möglich. Ich habe mich dann einfach um noch einen aus der Bundesliga dabei um noch einen aus der Bundesliga dabei zu haben und weil er einfach auch quasi meine Belohnung für ihn für eine überragende Saison ist Grimaldo. Ist er der beste Linksverteidiger aktuell der Welt? Wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, da gibt es so viele Namen. Innenverteidigung, ich weiß, dass einige denken, Van Dijk ist dann ist finished. Van Dijk spielt eine überragende Saison in meinen Augen, ist ein unglaublicher Rückhalt bei Liverpool. Van Dijk gehört für mich hier rein und neben ihm aus einer der besten Mannschaften aktuell in Europa Bastoni von Inter. Aber auch hier gibt es diverse Innenverteidiger. Ich bin generell spannend, haut mal eure World Eleven in die Kommentare, da gibt es so viele Namen, über die man sprechen kann und da gibt es kein richtig und kein... Doch, es gibt ein falsch. Es gibt ein falsch. Also, doch, das gibt es schon. Aber es gibt kein richtig, richtig, ja? Also wir können über alle Namen sprechen. Dann braucht dich defensiv... Oder dann braucht dich einen defensiven Sechser, einen tiefen Sechser, weil der Rest wird dann schon sehr offensiv denken, muss ich sagen. Mein Mittelfeld generell ist relativ stabil geworden, würde ich es nennen. Rotri auf die Sechs, da möchte ich als Disclaimer sagen, das liegt vor allem daran, dass ich diese Rolle haben wollte. Ich glaube, er ist immer noch der beste defensive oder tiefe Sechser auf der Welt. Allerdings ist er nicht mehr so gut wie in den letzten Jahren. Zumindest, also die Spiele, die ich von City gesehen habe, ja, hat er mir nicht immer 100% gefallen. Die beiden Achterpositionen sind in meinen Augen fast die einfachsten Positionen. Bellingham und Rice. Bellingham spielt bei Real jetzt ein bisschen offensiver, kann er hier auch machen. Rice spielt eine überragende Saison, Declan Rice bei Arsenal und kann auch diese Achter- Slash-Sechser-Position ein bisschen Stabilität mit reinbringen. Bellingham kann das auch, hat er schon gezeigt. Und dann kommen wir zu den drei Offensiven. Es ist halt immer schwierig, in meinen Augen müssen Vinicius Junior und Mbappé hier mit rein, beide, beide spielen aber auf der gleichen Position, deswegen muss ich als Trainer es schaffen, Mbappé oder Vinicius Junior davon überzeugen, muss ich es schaffen, einen davon zu überzeugen, dass sie auf Recht spielen sollen. Und ich glaube, Mbappé kann das. Vor allem, wenn Mbappé so ein bisschen nach innen zieht, quasi zweiter Stürmer ist und Hakimi hinterläuft und wir dann mit Grimaldo, Bastoni, Rodri van Dijk eher defensiv agieren, gerade mit Rodri, Bastoni, van Dijk, also als Absicherung. Und vorne drin, wahrscheinlich würden viele von euch Haaland intuitiv sagen, aber es geht ja um den Status Quo. Und da finde ich, ist Harry Kane aktuell die Nummer 1, der beste Mittelstürmer der Welt, schießt auch am meisten Tore von allen in Europa und ich finde, Kane spielt eine bessere Saison als Haaland zurzeit. Das ist meine Best of the Best Eleven. Wir kommen zu einer Frage von Oliver Rüther. Oliver fragt Moin Krögi, du als alter Trikot-Ästhet, was ist deine Meinung zu den neuen Releases, nicht nur Deutschland, sondern auch die Nike-Trikots von England, Norwegen, etc. Schöne Frage. Ich mag das Belgien-Auswärts-Trikot für die EM ganz gerne, das Neue. Mag man kaum glauben, oder? Das finde ich sehr schön. Wir sprechen gleich über alle anderen. Lass uns erst über Deutschland sprechen. Es gab ja auch viele Diskussionen dazu. Das Heimtrikot, ich bin kein Fan. Ich werde irgendwie nicht richtig zum Fan. Manchmal muss man ja Trikots ein bisschen wirken lassen. Also es gibt Trikots, die sehe ich und denke, ne, ne, so gar nicht. und dann, wenn man sie getragen sieht und häufiger sieht, dann denkt man, oh ja, ist ganz schön. Zum Beispiel Manchester United auswärts, dieses Grüne mit den weiß-roten Streifen. Da habe ich am Anfang gesagt, nee, das ist gar nicht meins. Mittlerweile habe ich es mir gekauft. Das Heimtrikot sieht mir aber ein bisschen zu, zu, wie soll man sagen, zu sehr nach Werbegeschenk aus. Ist ein Running Gag mittlerweile, aber es sieht mir ein bisschen zu sehr aus, als würde es das bei der zehnten Kiste Krombacher dazu bekommen. Oder wenn du dir Fünf-Tages-Cremes von Nivea kaufst. Sieht mir zu sehr danach. Das liegt, glaube ich, an dem Farbverlauf. Also einfach ein Farbverlauf von schwarz über rot zu gelb. Sieht halt immer auch so ein bisschen aus nach so Flames. Nach so Flames, die sich in den 90ern Jungs auf ihren Opel Corsa gemacht haben. und den Vibe, den mag ich nach wie vor nicht. Und das Auswärtstrikot, es wächst. It grows on me. Also grundsätzlich, wir sprechen gleich darüber, was das ausgelöst hat, aber rein optisch finde ich, ich mag pinke Trikots, ich mag auffallende Trikots, ich mag außergewöhnliche Trikots, auch bei Nationalmannschaften. ich glaube nur, dass man aus einem pinken und so besonderen Trikot noch etwas mehr hätte rausholen können, aber, also ich mag das Lila glaube ich einfach nicht, diese Mischung Lila-Pink, für mich hätte, ich mag glaube ich eher reine pinke Trikots, die dann irgendwie besonders gemacht werden. Das Lila stört mich so ein bisschen, aber ich mag es einfach grundsätzlich, weil es einfach mal was anderes ist und das finde ich grundsätzlich geil, weil warum sollte man immer das gleiche machen? Es gibt auch andere Teams, die Nationalteams, die für ihr Auswärtstrikot eine Farbe genommen haben, die nichts mit irgendwie den Länderfarben zu tun hat. Und ob du jetzt ein grünes Trikot nimmst, was Deutschland schon sehr, sehr oft hatte oder ein pinkes, also, dass sich manche Leute von einer Farbe, von einer Farbe so sehr triggern lassen können, ist mir ein absolutes Rätsel. Also da stimmt glaube ich einiges nicht, also da weiß ich nicht, wie klein man sein muss, um sich von einer Farbe so sehr triggern zu lassen, wie das teilweise passiert ist. Deswegen, in meinen Augen ist es egal, ob es jetzt ein grünes Trikot ist, grünes Auswärtstrikot, teilweise die besten, die Deutschland je hatte und ja, da mag man sagen, ja, ist die Farbe vom DFB, okay, aber es ist ja jetzt auch nicht eine deutsche Farbe, es ist jetzt nicht schwarz, weiß oder rot oder gold, ja, ähm, oder, also grün oder pink, das ist dann in meinen Augen egal und dann lieber so ein bisschen, lieber so ein bisschen halt mal, äh, auf die Kacke hauen. Also was das für einen Aufschrei ausgelöst hat, ist mir unerklärlich. Also wie kann man sich von einer Farbe so sehr triggern lassen, es ist, keine Ahnung, ob das dann mit einem zu großen Nationalstolz einhergeht, weil es ist kein deutsches Trikot, äh, es hat nicht die deutschen Farben, wie gesagt, grün ist auch keine deutsche Farbe, ähm, oder, also, oh Gott, das Dümmeste, was ich gelesen hab, irgendwie, die Verschwulung der Gesellschaft, weil es ein pinkes Trikot für die deutsche Nationalmannschaft ist, seid ihr denn völlig, seid ihr denn völlig bekloppt? Seid ihr denn völlig irre? Was ist denn da los? Es ist ein Trikot, es ist ein Fußballtrikot. Und selbst wenn, aber da wollen wir, das wollen wir gar nicht aufmachen, das Fass, äh, und manche fühlen sich in ihrer Meinungsfreiheit irgendwie beraubt, weil es für sie, in ihren Augen irgendeine Ideologie, für eine Ideologie steht, die sie nicht mögen. Bro, es ist ein Fußballtrikot. Ja, es ist eine andere Farbe als sonst, aber get over it. Also, ich glaube, aus diesem Prinzip, nur aus diesem Prinzip werde ich es mir holen, einfach, damit so ein paar schwarz-rot, schwarz-rot-geil, äh, Boys irgendwie sich angegriffen fühlen oder getriggert fühlen, keine Ahnung. Also, da muss man schon charakterlich sehr, sehr klein sein, um sich von einem Trikot so triggern zu lassen. Deswegen, ich würde sagen, das Tova-Trikot übrigens, das gehört ja auch noch, da spricht keiner drüber, es ist ein Bänger. Das Tova-Trikot sieht richtig geil aus in meinen Augen. Auf Platz zwei das Auswärtstrikot, auf Platz drei das Heimtrikot. Und jetzt kommen wir zu den anderen. Ich habe sie mir mal aufgemacht. Also, Belgien auswärts von Adidas, mega, mega schön in meinen Augen. Ansonsten von Adidas mag ich nicht so viele. Da finde ich tatsächlich Deutschland auswärts noch eins der besten. Aber guckt euch mal Spanien auswärts an und dann beschwert euch nochmal über eine Farbe, die nichts mit dem Land zu tun hat. Also, das ist so ein Citrus-Gelb oder das ist fast, also, da ist fast ein Grünstich mit drin hier auf dem Bild, was ich sehen kann. Italien finde ich ein bisschen boring. Vor allem diese, diese Streifen hier so an der Seite, die haben die hier auch, aber in weiß. Und Italien hat das halt vor allem beim Auswärtstrikot in grün und in rot. Das sieht sehr nach Anfang 2000er aus, so auch 2006 Vibes und dafür bin ich noch nicht bereit. 90er Jahre gerne, aber so Anfang der 2000er für den Style bin ich einfach noch nicht bereit. Aber er wird kommen. Adidas ansonsten überschaubar. Nike hat ein paar Bänger rausgehauen. Schaut euch mal die Nike-Trikots an. Vielleicht können wir hier auch ein paar davon einblenden. Kroatien, ich weiß, es ist simpel, es ist meist ein Schachbrett und ich bin grundsätzlich kein Schachbrettmuster-Fan, aber das ist so, das ist so ein so großes Schachbrett, das hat irgendwie wieder was. Das Heimtrikot, das Auswärtstrikot sieht auch gut aus. Portugal auswärts mag ich auch sehr, ist jetzt nicht, ich glaube, das hatten sie schon mal so ähnlich, finde ich trotzdem geil. Frankreich auswärts, generell Frankreich, der Satz ist ein Bänger. Also das Heimtrikot ist sehr simpel, aber alleine der Kragen hier oben und Frankreich auswärts mit so Nadelstreifen, die halt auf der einen Seite rot und dann so ein bisschen heller und hier blau sind. Mega, mega geil. Was haben wir noch? Norwegen. Geil. Will ich getragen sehen? Könnte getragen gar nicht so gut aussehen, aber so auf den Bildern, die es bisher gibt, sieht Norwegen heim und auswärts richtig gut aus. Kanada auswärts, auch ein Bänger-Trikot in meinen Augen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Japan. Geil. Oh, das ist Korea. Ihr kennt es gerade nicht. Niederlande. Simpel. Logo viel zu groß bei der Niederlande. Ah nee, das ist Korea. Korea geil. Ja, Korea ist gut. Korea ist ein guter Satz. Korea ist ein sehr, sehr guter Satz. Das waren so meine Eindrücke von den Trikotsätzen. Kommen wir schon zur nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von Alessio. Mensch, hoffentlich geht es ihm gut. Gute Krögi. Pavlovic zeigt zurzeit starke Leistungen beim FC Bayern und wurde folgerichtig in den DFB-Kader nominiert. Welche Rolle kann er zukünftig sowohl für den FC Bayern als auch für Deutschland spielen und wie groß siehst du die Chance, dass er eine große Karriere vor sich hat? Grüße aus Göttingen. Wir haben ja in einem Fragal-Show, also ich habe in einem Fragal-Show vor ein paar Monaten, ich glaube im November war es, über ihn gesprochen. Da hatte er seinen ersten Einsatz von Beginn an gerade und da war ich schon Feuer und Flamme. Da war ich schon Fan, weil ich da gesagt habe, also da habe ich es bezogen auf die Rolle, die er verkörpert, dass er einfach dieser tiefe Sechser ist, den sich Tuchel wünscht, dass er einfach dafür gemacht ist und deswegen gute Chancen hat, sich da durchzusetzen. Aber heute möchte ich über die Qualität von Alexander Pavlovich sprechen, weil ich bin davon überzeugt, dass dieser Mann, dass Alexander Pavlovich, den deutschen Fußball in den kommenden Jahren und ich weiß, das ist ein großes Wort, prägen wird. Ganz einfach deshalb, weil er einen Spielertyp verkörpert, den sowohl der FC Bayern als auch dem DFB gefehlt haben in den letzten Jahren. Das wird die nächsten Jahre die Pavlovichisierung des deutschen Fußballs sein. Das ist groß angekündigt, aber ich werde es untermauern, weil diese Rolle verlangt sehr, sehr viel Disziplin und Goretzka und Kimmich zum Beispiel oder auch ein Gündogan oder wer da noch im zentralen Mittelfeld auflaufen kann, vor allem für den DFB. Das sind alles herausragende Fußballer, aber für diese Rolle ist Pavlovich besser geeignet, weil er diese Disziplin mitbringt, dadurch eine unglaubliche Stabilität bringen kann, dass er einen Rückhalt bietet, dass er Rücken frei halten kann und halt eine herausragende Absicherung ist, weil er unglaublich gut in Sachen Stellungsspiel ist, weil er unglaublich gut in Sachen Timing, was Zweikämpfe angeht, ist, weil er eine sehr, sehr gute Antizipation hat, das Spiel lesen kann und vor allem halt sich meistens so defensiv aufhält, dass er nach vorne verteidigen kann, wo er das Spiel vor sich hat, das Spiel des Gegners. Und da werde ich gleich zwei Szenen mit dabei haben, die das unterstreichen, weil er einfach nicht nach hinten arbeiten muss, sondern nach vorne arbeiten kann. Und das macht es für ihn so einfach oder viel einfacher Stabilität zu liefern. Ich habe mehrere Beispiele am Start. Also hier haben wir eine Szene gegen Leipzig. Sané verliert hier den Ball im Angriff. Schlager hat dann einfach einen einfachen Pass ins Zentrum eigentlich, um den Ballbesitz zu sichern. Pavlovich aber hat das Spiel vor sich, antizipiert das Ganze, erobert den Ball, sichert den Ball mit einer kleinen Drehung und spielt dann den simplen Pass zum Offensivspieler, weil er weiß, da gibt es bessere für. Ich laufe jetzt nicht mit dem Ball nach vorne oder ich versuche nichts Aufregendes. Ich bringe den Ball nicht in Gefahr. Ich gehe kein Risiko, sondern simpler Pass auf den Offensivspieler, der dann wiederum den nächsten Angriff einleiten kann. Dann haben wir hier eine Sache, die auch unspektakulär aussieht, aber so, so wichtig ist. Pass ins Zentrum, Pass ins Zentrum vom Gegner, hinten raus. Pavlovich antizipiert das aber, hat ein perfektes Timing, er führt einen perfekten Zweikampf, also viele würden da auch einen Foul spielen, aber er spielt das so, so clever. Balleroberung, sicherer Pass, fertig. Und es geht dabei nicht um den Zweikampf an sich, nicht die Balleroberung an sich, was natürlich gut ist, sondern darum, dass er erstens in der Position ist, dieses Tackling zu machen, weil das wären viele andere zentrale Mittelfeldspieler oder defensive Mittelfeldspieler nicht, wenn sie weiter vorne stehen würden, dass er eben nach vorne verteidigen kann. Und zweitens, was wäre für Leipzig möglich gewesen, wenn Pavlovich eben nicht in der Situation wäre und nicht in diesen Zweikampf kommt und vor allem ihn dann auch gewinnt? Ich glaube, Olmo ist das, der könnte sich umdrehen um die eigene Achse, könnte sich aufdrehen. Leipzig hat zwei Linien mit einem Pass durchspielt und Olmo, der sich dann halt, wie gesagt, aufdreht, hat dann eine 3 gegen 3 Situation oder Leipzig hat dann eine 3 gegen 3 Situation und dann wird es richtig gefährlich. Aber weil Pavlovich eben in dieser Situation ist und den Zweikampf gewinnt, kommt es gar nicht erst dazu. Stattdessen Ballbesitz Bayern und ich glaube, danach gab es auch einen vielversprechenden Angriff. Und in Ballbesitz ist Pavlovich auch wertvoll, ähnlich wertvoll, weil er ständig anspielbar, er screenet permanent das Spielfeld, das haben wir uns im November schon angeguckt, und er macht unter Druck kaum Fehler. Er ist in der Lage, unter Druck, auch wenn simple Pässe sind, sichere simple Pässe zu spielen. Guckt euch mal diese Szene an, die, also als ich das nochmal gesehen habe, und wenn man genau darauf achtet, wo guckt er hin, wie bewegt er den Kopf, ziom, 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 ziom. Ja, er screenet die ganze Zeit. Hier, direkt am Anfang. Er checkt erstmal, wo sind meine Gegenspieler. Und dann positioniert er sich perfekt in dem Raum zwischen den Gegenspielern, also wirklich perfekt zwischen den Gegenspielern, wo er weit und breit niemanden um sich herum hat. Dann bekommt er den Ball, bekommt sofort Druck, löst es, löst es sofort per Pass, aber macht es nicht One-Touch, sondern lässt Openda rankommen an ihn. Also lässt ihn wirklich auch in den Zweikampf kommen, weil, das sehen wir gleich, er das Anlaufen von Openda nutzt, um sich sofort wieder in eine neue Position zu bringen. Und Openda läuft so ein bisschen ins Leere. Und dann zeigt er, Eric Dyer, der gleich den Ball bekommt, zeigt er schon genau, wo er den Ball hinhaben will. Direkt nachdem er den Pass gespielt hat. Auf halber Strecke, also der Ball ist auf halber Strecke, zu Dyer, ja, also sein Pass zu Dyer, da ist er schon wieder anspielbar. Dann checkt er kurz, wo sind meine Mitspieler vor allem, wo ist Guerreiro. Der Ball kommt zurück, der Ball ist unterwegs, dann checkt er nochmal, wo sind meine Gegenspieler. Dann Ballannahme, direkt der vertikale Pass und was hat Pavlovich hier innerhalb von wenigen Sekunden gemacht, durch cleveres Positionsspiel und einen guten Pass, hat er fast im Alleingang zwei Abwehrreihen überspielt. I mean, was soll ich euch noch sagen? Also ja, der Typ ist noch nicht perfekt. Und ja, das sind die vermeintlichen einfachen Dinge, aber manchmal sind es die einfachen Dinge. Oder halt diese Dinge einfach aussehen zu lassen und das schafft er und das können nicht viele Spieler und er schafft das mit 19. Und deswegen, der wird ein paar schlechte Spiele haben, der wird vielleicht auch mal eine schlechte Phase haben, möglicherweise, aber der wird halt auch noch dazulernen. Der hat bestimmt noch Potenzial, der kann sich noch weiterentwickeln. Wenn ich diesen Lauf gegen Darmstadt sehe, der zu einem Tor geführt hat, wo er da bis in den Strafraum reinläuft, da habe ich kurz Angst bekommen, weil das sah dann schon wieder so ein bisschen aus wie Goretzka, der sich von seiner Position weg bewegt. Aber das war ja eher die Ausnahme und trotzdem, da sieht er auch physisch schon viel weiter aus, als ein 19-Jähriger in der Bundesliga aussehen sollte. Also ich glaube, dass Pavlovich eine sehr, 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 sehr gute Zukunft vor sich haben wird, sowohl bei den Bayern als auch beim DFB. Dazu muss man aber sagen, er ist aktuell angeschlagen und deswegen, ich glaube, er ist noch nicht bei der Nationalmannschaft. Also ob wir ihn dann auch schon sehen, jetzt in den beiden Spielen gegen Frankreich und die Niederlande, weiß ich nicht. Es gab ja auch ein bisschen Kritik, dass er nominiert wurde von einigen. Es sei zu früh, warum nicht gestandene Spieler? Ich glaube einfach, dass er so gut ist, dass er, vielleicht jetzt noch nicht bei der EM, aber dass er sehr früh auch dem DFB helfen kann, der Nationalmannschaft helfen kann. Und so wie ich ihn verstanden habe, war er noch nicht entschieden, was das Land angeht, für das er spielt. Serbien oder Deutschland. Und dann bin ich der Erste, der sagt, so schnell wie möglich nominieren und spielen lassen, damit die Sache erledigt ist, dass uns nicht noch ein weiteres großes Talent durch die Lappen geht. So, zwei schnelle Fragen zum Abschluss noch, so ein bisschen off-topic. Und zwar eine Frage zu Christian Streich. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, es wird noch eine Reaction zu dem Thema Christian Streich geben, deswegen bin ich hier nicht weiter drauf eingegangen. Aber, Christian Streich möchte eine Mittelmeertour machen. Ich lese mal die Frage, warum lese ich nicht die Frage vor? Oink Oink hat nämlich eine Frage auf unserem Discord-Channel gestellt. Hallo Krüge, Christian Streich möchte ja nach seinem Aus beim SC Freiburg gerne eine Mittelmeertour auf dem Rad machen. Wo sollte er deiner Meinung nach lang fahren? Welche Stopps würdest du selber einlegen und wie viel Fußballanteil wird sich dabei wohl noch finden? Liebe Grüße. Natürlich gucken wir hier auf den Fußballanteil, ist doch klar. Vor allem, wenn man unterwegs ist. Aber ich, ich, ich glaube dir jetzt einfach mal, dass er eine Fahrradtour machen will. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Hat er das gesagt? Möchte er eine Fahrradtour machen? Ich glaube dir jetzt einfach mal. Aber ich fand die Überlegung ganz, ganz spannend. Wo sollte man mit dem Fahrradtour? Also es kommt natürlich darauf an, wie lange will man unterwegs sein? Also ich habe jetzt mal eine Strecke von 730 Kilometern eingeplant. Das ist nichts, was du in drei Tagen erledigst. Ja, da brauchst du schon, glaube ich, ein paar Wochen, um das entspannt auch zu machen. Aber ich glaube, das könnte eine richtig schöne Tour werden. Du startest in Nizza. Nizza an sich, glaube ich schon. Also ich war noch nie da, aber habe nur, nur schöne Sachen gesehen und gute Sachen gehört. Vor allem, da kannst du, da kannst du Fußball gucken. Und dann fährst du weiter. Marseille, Montpellier, kannst du überall guten Fußball sehen oder zumindest hochklassigen Fußball, Profi-Fußball schauen. Dann fährst du weiter runter, dann kommt Girona, eine der besten Mannschaften aktuell in Spanien und fährst dann nach Barcelona. Da hast du 1, 2, 3, 4, 5 große oder größere Vereine, die du dir anschauen kannst. Ich glaube, eine unfassbar schöne Strecke da in der Côte d'Azur längs und dann nach Spanien runter. Auch ein bisschen anspruchsvoll. Kommen da nicht die Pyrenäen irgendwann? Darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Christian Streich soll ja auch fit bleiben. Und das wäre so meine Empfehlung. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Max Kirchi, FCA. Gar keine Augsburg-Frage. Die Baller League neigt sich dem Ende zu. Kaltschuh ist nach dem heutigen Spieltag vielleicht sogar schon für das Final Four qualifiziert. Was ist euer Fazit zur ersten Spielzeit? Was nehmt ihr persönlich in die nächste Saison mit? Und glaubt ihr, der ganze Erfolg mit dem Meistertitel, der ganz große Erfolg mit dem Meistertitel ist im Bereich des Möglichen? Die Frage wurde natürlich offensichtlich vor dem gestrigen Spieltag gestellt. Jetzt sieht es so aus, wir haben gestern wieder gewonnen gegen die Protatos. Ein sehr überzeugender 4 zu 0 Sieg. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs, weil das war unser bestes Spiel. Das war unser bestes Spiel, weil das war von Anfang bis Ende so souverän, so konzentriert, so diszipliniert, dass die Protatos keine Chance hatten. Ja, wir hätten hier und da vielleicht noch ein Tor mehr machen können sogar, aber ganz ehrlich, wir haben 4 Buden gemacht. Wir haben ein Penalty als Dosenöffner gebraucht. Okay, aber die Protatos hatten überhaupt keine guten Abschlusssituationen, wurden selten gefährlich, weil wir einfach geordnet und konzentriert verteidigt haben und sind überhaupt nicht vom Plan abgewichen. Das war so in den Wochen vorher so ein bisschen der Fall, dass wir eine richtig gute erste Halbzeit gespielt haben, in Führung gegangen sind und dann aber von unserem Stil so ein bisschen abgerückt sind durch verschiedene Wechsel. Dann kam so ein bisschen Unordnung rein. Dann wurde man natürlich auch vielleicht etwas zurückhaltender, wenn man mit zwei Toren zum Beispiel führt. Aber das haben wir den Jungs gesagt, ey, selbst wenn wir führen, lass uns einfach so weiterspielen wie vorher und sie haben es so gut umgesetzt. Sie haben alles umgesetzt, was der Trainer von den Jungs sehen wollte. Deswegen unglaublich stolz darauf. Wir sind weiterhin Platz 1 logischerweise damit und wir sind, jetzt kommt der Haken, so gut wie in den Final Four. Wir stehen so gut wie im Final Four in Düsseldorf und ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das freut und die anderen beiden natürlich auch, weil als wir da mitgemacht haben, als wir gesagt haben, ja, okay, dann wollen wir aber auch sportlich, wollen wir da ein bisschen den Laden aufmischen und dann sind wir ja richtig wackelig reingestartet. Und was war da Druck auf den Kessel? Wir wollten unbedingt ins Final Four und jetzt sieht es sehr danach aus, wir können immer noch scheitern. Ich möchte das nicht und das werden wir auch, das weiß die Mannschaft auch, das werden wir der Mannschaft auch nochmal sagen, wir dürfen uns jetzt nicht auf die faule Haut legen, vor allem, weil die Position natürlich auch am Ende, wir wollen natürlich als Erster ins Final Four, weil dann kriegen wir Platz 4 als Gegner. Und das habe ich lieber als Platz 2, als Gegner oder Platz 3. Und wir sind noch nicht ganz durch, aber trotzdem sind wir sehr nah dran, weil wenn mich nicht alles täuscht, müsste jetzt eins dieser mehreren 13-Punkte-Teams, müsste jetzt, es sind theoretisch noch 8 Punkte offen, wir sind jetzt 7 Punkte vor den 13-Punkte-Teams, also vor Platz 5. Die müssten jetzt, also wir müssten beide verlieren, das ist glaube ich, das muss passieren, wir müssen beide verlieren, da hoffe ich glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird, dafür wirken wir in meinen Augen zu souverän gerade, aber who knows, wir müssten beide verlieren. Und dann müsste eins dieser 13-Punkte-Teams beide Spiele gewinnen und entweder ein besseres Torverhältnis oder beide extra Punkte holen. Also ein extra Punkt auf jeden Fall oder beide. Das ist schon relativ unwahrscheinlich, trotzdem, wir wollen noch keinen Haken dran machen, erst wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist, dass wir aus dem Top 4 fallen. Aber, also das Fazit der ersten Spielzeit, wenn da jetzt nicht noch was ganz Aufregendes passiert, ist natürlich absolut positiv, weil wir haben einen unglaublich guten Mannschaftszusammenhalt, ist ein richtig guter Spirit in dieser Mannschaft. Und das war am Anfang auch nicht der Fall. Die Jungs kannten sich nicht, die Jungs waren auch ein bisschen aufgeregt, weil wir haben viele junge Spieler mit dabei, keine Ex-Profis, Oczipka noch mit dazu geholt, was sehr wichtig war im Nachhinein, aber, ja, die dann auch ein bisschen nervös waren, die noch nicht eingespielt waren, die sich nicht kannten. Und da war es dann auch, ja, in den Halbzeiten, ja, da standen wir im Kreis und der Trainer hat was gesagt und alle haben mit großen Augen geguckt, jetzt ist es so, die Jungs kommen in die Halbzeit, kommen ins Huddle, hätte ich beinahe gesagt, und sind Feuer und Flamme, sind richtig heiß, haben selber Verbesserungsvorschläge, ja, die verstehen sich gut, es ist einfach, die Mannschaft ist vom Kopf her enorm gut da, und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir erstmal so weiterspielen können, wir vertrauen aufeinander, das merkt man gerade in der Arbeit gegen den Ball, wenn mal jemand rausrückt, das Anlaufen funktioniert sehr gut und glaubst du, dass der ganz große Erfolg mit dem Meistertitel im Bereich des Möglichen ist, im Bereich des Möglichen ist er, sobald du in die Final vorkommst, weil dann sind es, dann ist es irgendwo Tagesform auch natürlich, dann braucht man vielleicht auch ein bisschen Glück, ja, aber ich halte uns aktuell für eine der stärksten, spielstärksten Mannschaften der Baller League, wenn nicht die spielstärkste, es gibt noch ein, zwei Teams, die da auf Augenhöhe sind, aber das hat, das war schon, war schon geil gestern, so, und das war Frag Haltschow für diese Woche, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich freue mich sehr auf Baller League Spieltag Nummer 10, der vorletzte, da können wir dann wirklich alles klar machen, ich weiß noch nicht, gegen wen es geht, aber viele können es nicht mehr sein, ich glaube, Chris Kramer, Golden Eleven, die gestern gewonnen haben, und wer noch, weiß ich gerade nicht, wie auch immer, ist auch egal, wir werden es sehen, wir müssen gegen alle spielen, ja, wir denken von Spiel zu Spiel, so viel dazu, das war es für heute, ich wünsche euch eine schöne Woche, morgen Christian Streich, spätestens übermorgen, und alles andere dann auf unseren Social Media Plattformen, Instagram, überall folgen, überall liken, überall abonnieren, wo ihr könnt, wir sehen uns, macht's gut, tschüss, 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 Untertitelung des ZDF, 2020